Zum Verkauf steht dieses Bulls 9000 Fahrrad, welches ich seit ca. 5 Jahren besessen habe. Das Schlimmste am Fahrrad sind auf jeden Fall die Lackabplatzer und dass der Sattel hier gewissen ist, was ich regelmäßig praktisch mit Sekundenkleber gefixt habe und dass praktisch bei diesem Fahrrad der Schutzlack abgeplatzt ist bei dem Schloss. Das Fahrrad funktioniert soweit einwandfrei, ist immer länger benutzt worden. Ich habe locker 3000 Euro in Reparatur reingesteckt, weil ich alle drei bis sechs Monate das Fahrrad verschlissen habe. Normalerweise ist hier ein Ersatzschlauch, der kommt natürlich dann auch mit dazu. Das Schloss ist mit dabei, die Fahrradpumpe. Das ist einmal französisches Ventil und Autoventil soweit ich weiß und es ist vollkommen funktionstüchtig. Deswegen zeige ich das jetzt mal, dass es soweit funktioniert. Das ist natürlich ein bisschen lauter, weil ich so selten Öl praktisch, aber ansonsten sieht man, es funktioniert soweit einwandfrei. Die zwei Lampen sind auch mit dabei, falls eine ausfällt, ist die andere mit dabei. Bloß die Kabel dazu liefere ich nicht mit. Mit dieser Anti-Giebstahl-Sticker, die Griffe sind ein bisschen festgeklebt, weil die ansonsten immer abgerutscht werden. Und ich möchte jetzt bloß nicht so schnell fahren, aber ansonsten funktioniert das eigentlich soweit. Ganz gut. Und das steht auf jeden Fall zum Verkauf.